Johanna Spüri Schloss Wildenstein F.A.Pertis Gotha Zuerst erschienen 1892 Nollergrund Schon seit bald zwanzig Jahren stand das alte Schloss still und verlassen dort auf der Höhe. Kein Ton war weithin zu hören als das Zwitschern der Vögel und das Rauschen der alten Föhren rings um das Schloss. Um die runden Ecktürme schwirrten am hellen Sommerabend die Schwalben wie ehemals, aber von den Turmbalkonen schauten keine fröhlichen Augen mehr auf die grünen Wiesen und auf die reich beladenen Apfelbäume im Talgrund nieder. Zwei lustige Augen aber schauten eben jetzt aus dem Wiesengrund zu dem alten Schloss auf und forschten und späten, als könnten sie hinter den fest verschlossenen Fensterladen etwas ganz Besonderes entdecken. »Meer«, rief der Speer plötzlich in aufgeregtem Ton, »jetzt, jetzt, komm schnell, nun geht's auf!« »Meer«, die auf der Bank unter dem großen Apfelbaum saß, ein Buch in der Hand haltend, legte dieses hin und kam herbeigerannt. »Sieh, sieh, nun bewegt es sich«, fuhr der Bruder immer erregter fort, »es ist ein Arm in einem schwarzen Rock. Nun stößt er gleich den ganzen Laden auf.« In diesem Augenblick erhob sich der schwarze Gegenstand und schwang sich zum Turm empor. »Ein Vogel war's, ein großer schwarzer Vogel«, sagte Meer enttäuscht. »Nun hast du mich gewiß schon zwanzigmal gerufen. Ich solle sehen, wie die Laden sich öffnen, und nie gehen sie auf. Ich komme nicht mehr, du kannst rufen, so viel du willst.« »Sie gehen doch einmal auf, ich weiß es«, behauptete der Junge fest. »Man weiß nur nicht wann, aber es kann jeden Tag sein.« Wenn nur der steife alte Trius antworten wollte, wenn man ihn fragt. Der weiß alles, was da oben vor sich geht, aber der alte Brummer sagt nie ein Wort, und wenn man ihm nahe kommt und mit ihm sprechen will, kommt er gleich mit dem dicken Stock auf einen los. Er will natürlich nicht, dass man weiß, wie es da oben zugeht. Aber in der Schule wissen sie alle, dass es oben nicht sicher ist und dass ein Gespenst umgeht und durch die Föhren heult. Ich glaube es gar nicht, aber der alte Trius könnte doch ein wenig sprechen und einem erklären, was da vorgeht. »Nichts geht vor«, fiel mehr ein, »das hat die Mutter nun schon ein paar Mal gesagt, und sie will auch nicht, dass du immer von dem Gespenst mit den Schulkindern sprichst und immer zu erforschen trachtest, was sie davon wissen. Und den Schlosswächter musst du Herr Trius nennen, nicht nur Trius. Du weißt, dass die Mutter es will.« »Ja, ja, ich will ihn schon Herr Trius nennen, aber auf den mache ich sicher ein Lied und zeichne ihn deutlich, warte nur«, sagte Kurt drohend. »Er ist doch nicht schuld, dass es keinen Geist von Wildenstein gibt, von dem er erzählen könnte«, bemerkte mehr. »Er wüßte aber genug zu erzählen«, fuhr Kurt eifrig fort. »Natürlich sind in dem alten, tausendjährigen Schloss da droben die wunderbarsten Dinge vor sich gegangen. Die weiß er ja alle und könnte einem davon erzählen. Aber er kennt nur eine Antwort auf alle Fragen, Prügel. Weißt du mehr, ich glaube natürlich gar nicht an Geister und Geschwänster und so etwas, aber sich vorzustellen, dass da oben so ein uralter Herr von Wallerstetten im Harnisch auf der Zinne herumspaziert oder unter den alten Föhren steht und mit wilden Augen und drohender Gebärde ins Tal hinabschauen könnte, ist so erfreulich, nur schon um ihn zu bekämpfen und ihm zuzurufen, dass man sich nicht vor ihm fürchtet. »Tja, du würdest schön fortlaufen, wenn der Ritter im Harnisch mit den wilden Augen dir näher käme«, sagte Mea. »Es ist nicht schwer, so furchtlos zu sein, wenn man so weit weg vom Schrecklichen ist wie du hier.« »Ich fortlaufen aus Furcht vor einem Gespenst?« »Oho«, lachte Kurt auf, »da kennst du mich wenig. Er würde der Geist aus Furcht vor mir davonlaufen, wenn ich ihn recht anschreien würde. Jetzt will ich ein Lied auf ihn machen und dann gehen wir hinauf und singen's ihm vor. »Meine Kameraden aus der Schule müssen mit, die tun es so gern, Marx und Hans. Und Klevi, die Schwester, muss auch mit, und dann kommst du auch, Mea. Du sollst sehen, wie wir den Geist anschreien und ansingen, dass er sich ganz erschrocken verkriecht.« »Aber es gibt ja gar keinen Kurt. Wie kann er sich denn verkriechen?« warf Mea ein. »Vor lauter Bekämpfen glaubst du zuletzt noch, dass es wirklich einen Geist von wilden Steinen gibt?« »Das ist ja alles nur, um zu beweisen, dass es keinen gibt. So verstehe es doch, Mea«, eiferte Kurt. »Wenn es einen gäbe, so müsste er ja zornschnaubend auf uns loskommen, wenn wir ihn so mit Hohn herausfordern. Und du wirst sehen, ob er kommt. Nachher folgt ein großer Triumph für mich, denn die ganze Schule und der ganze Flecken und alle benachbarten Orte müssen sehen, dass ich bewiesen habe, auf Wildenstein gibt es keinen Spukgeist, der herumgeht und keine Ruhe hat.« »Nein, ich werde das nicht sehen. Ich komme nicht mit. Die Mutter will nicht, dass wir mit dieser Spukgeschichte etwas zu tun haben. Du weißt es wohl, Kurt.« »Dort kommt Elvira. Die muss ich grüßen.« Mit diesen Worten stürzte Mea plötzlich den Berg hinunter. Von unten kam die genannte, ein Mädchen von Meas Alter, mit langsamen Schritten herangestiegen. Ob dieser gemessene Gang eine besondere Naturanlage war, oder ob es so sein musste, um die schönen roten und blauen Blumen auf dem Hütchen zu schonen, die gewiss keine starke Erschütterung ertragen konnten, war nicht zu ersehen. Aber das war ganz ersichtlich, dass der Herankommende ihn nicht zu ändern im Sinne hatte. Längst musste sie die entgegeneilende Freundin bemerkt haben, beschleunigte aber deswegen ihren Schritt auch gar kein bisschen. »Die könnte ihre gnädigen Hochmutsstelzen auch ein wenig schneller in Bewegung setzen, wenn sie doch sieht, wie Mea ihr entgegenläuft,« sagte Kurt grimmig. »Mea brauchte das auch gar nicht zu tun, aber auf diese Elvira will ich einmal ein Lied machen, das sie daran denkt.« Jetzt lief auch Kurt davon, aber nach der anderen Seite hin, dem Garten zu, wo er seine Mutter erblickt hatte. Sie stand vor ihrem Rosenbäumchen und warf von Zeit zu Zeit welke Blüten und Zweige zur Seite. Die Mutter, so allein und ruhig an einer Arbeit zu finden, die ihre Gedanken nicht in Anspruch nahm, war gerade, was Kurt sich so häufig erwünschte und selten erreichte. Denn wollte er einmal seine besonderen Anliegen recht gründlich und ungestört mit der Mutter besprechen, so konnte er sicher sein, dass die beiden jüngeren Geschwister gerade jetzt mit ihren vielfältigen Angelegenheiten auf die Mutter eindrangen oder die beiden Älteren durchaus einen besonderen Rat von ihr bedurften. So stürzte Kurt dem Garten zu, um die ungewohnt günstige Gelegenheit vollauf zu benutzen. Aber auch heute sollte er seinen Zweck nicht erreichen. Noch bevor er bei der Mutter ankam, war von der anderen Seite her eine Frau an sie herangetreten, die gleich ein eifriges Gespräch mit der Mutter begonnen hatte. Jeder andere, der ihm diese Störung bereitet hätte, würde Kurt's Zorn auf sich geladen haben. Aber die Frau Apollonie, die da stand, war seine alte und besondere Freundin und hatte überdies den großen Vorzug in seinen Augen, mit dem alten Wächter auf dem Schlosse bekannt zu sein. So konnte man immer hoffen, von ihr allerlei von den Dingen zu vernehmen, die da droben vorgingen. Zu seiner Befriedigung hörte er auch, als er eben herzutrat, die Frau Apollonie sagen, »Nein, nein, Frau Pfarrer, der alte Trios macht kein Fenster umsonst auf. Seit bald zwanzig Jahren hat er kein einziges aufgemacht.« Umso eher kann er doch einmal den alten Staub auswischen wollen. Nötig wäre es ja, entgegnete Kurt's Mutter, »an die Heimkehr seines Herrn glaube ich nicht.« »Warum wären denn nur die Turmfenster geöffnet, wo der Herr immer hauste?« »Da geht etwas vor sich«, sagte Frau Apollonie bedeutungsvoll. »Vielleicht hat der Geist von Wildenstein sie aufgestoßen,« warf Kurt schnell dazwischen. »Aber Kurt, kannst du denn nicht aufhören, immer wieder von dieser Geschichte zu sprechen, die durchaus eine Erfindung der Leute ist, die an einem Unglück nie genug haben, sondern immer noch etwas besonders Schreckliches dazu erdichten müssen?« sagte die Mutter lebhaft. »Du weißt, dass mir dieses Gerede sehr leid tut. Du solltest nichts damit zu tun haben wollen, Kurt.« »Aber Mutter, ich will dich ja nur unterstützen. Ich möchte dir nur helfen, diesen Aberglauben auszurotten,« versicherte Kurt. »Ich will einmal den Leuten beweisen, dass es keinen Geist von Wildenstein gibt.« »Ja, ja, wenn man nur nicht wüsste, wie die Brüder...« »Nein, Apollonie«, unterbrach sie die Frau Pfarrer, »Sie sollten am allerwenigsten den Glauben an diese erfundenen Erscheinungen unterstützen.« »Jedermann weiß, dass Sie mehr als zwanzig Jahre lang auf dem Schlosse lebten und denkt daher, Sie müssten wissen, was da vorgeht. Und Sie wissen ja doch, dass das ganze Gerede keinen Grund hat.« Frau Apollonie zuckte nur leise mit den Achseln, aber sie sagte nichts mehr. »Aber Mutter, woher kann denn nur ein solches Gerede kommen, wenn es doch keinen Grund hat?« fragte Kurt, dem die Sache offenbar keine Ruhe ließ. »Einen wirklichen Grund für das Gerede gibt es nicht,« entgegnete die Mutter. »Keiner von allen denen, die davon erzählen, hat je mit eigenen Augen etwas von der Erscheinung erblickt. Immer sind es andere, die davon berichtet haben, und denen war es wieder von anderen mitgeteilt worden, dass etwas Unbegreifliches auf dem Schloss gesehen worden war. Zuerst hat das Gerede sich an ein sehr trauriges Ereignis angeheftet, das sich vor langer Zeit auf dem Schlosse zugetragen hat. Und aufs Neue hat es Stoff gefunden, als man später glaubte, ein ähnlicher Vorfall habe sich ereignet, was durchaus unrichtig war. Da wurden alle alten Geschichten wieder hervorgezogen, und das Gerede wurde lebendiger als je. Die Leute, die es besser wissen, sollten aber recht dagegen auftreten, dass es nicht immer weitergeht. »Was war denn vor langer Zeit und dann nachher noch einmal auf dem Schlosse so trauriges Geschehen?« forschte Kurt weiter. »Nein, nun ist keine Zeit zum Erzählen, Kurt,« sagte die Mutter bestimmt. »Du hast deine Schularbeiten zu machen, und ich habe andere Geschäfte. Wenn ich euch einmal alle ruhig beisammen habe, erzähle ich euch von den vergangenen Zeiten. Es ist besser, als dass ihr nach allen Gerüchten forscht, die hier herumgeboten werden. Du bist darin besonders rührig, Kurt. Es ist mir aber gar nicht lieb, und ich hoffe, du lässt die Sache in Ruhe, wenn du verstanden hast, wie grundlos das Gerede ist.« »Nun kommen Sie, Apollonie, daß ich Ihnen die gewünschten Schößlinge gebe. Mich freut es, von meinen Geranien zu Ihnen zu verpflanzen. Ihr kleiner Blumengarten ist immer in solcher Ordnung gehalten, daß es jeden freuen muss, ihn anzusehen.« Apollonie hatte während der vorhergehenden Reden der Frau Pfarrer ihr Gesicht öfters in einer Weise verzogen, die keine Übereinstimmung bedeutete. Aber sie hatte zu viel Achtung vor der Frau, um ihre Zweifel auszusprechen. Jetzt breitete sich ein heller Sonnenschein über ihr Gesicht, denn ihr Blumengärtchen war ihr Stolz und ihre Freude. »Ja, ja, Frau Pfarrer, Blumen pflegen ist eine schöne Sache«, sagte sie kopfnickend. »Die tun auch, wie es sein muss. Und will mir eine zu weit auf die Seite, so stecke ich ihr ein Stecklein auf. Dann wächst sie wieder geradeaus, wie es recht ist.« »Ja, wenn das Kind so wäre!« »Ich meine, ich hätte keine Sorge mehr.« »Aber das hat immer seine eigenen Wege im Sinn, und Mücken hat's im Kopf. Es weiß kein Mensch, woher sie es nimmt.« »Dass es seine eigenen Gedanken hat, ist ja nichts so Schlimmes«, entgegnete die Frau Pfarrer. »Es kommt nur darauf an, wie sie sind. Lonelli scheint mir aber ein gut geartetes Kind zu sein, das sich leiten lässt, und geleitet zu werden haben sie ja auch alle nötig. Was sollte denn Lonelli für besondere Mücken haben?« »Ja, sehen Sie, Frau Pfarrer, was mir das Kind einmal anstellen kann, das weiß kein Mensch«, eiferte die Apollonie. »Kommt es nicht gestern aus der Schule heim und sagt, Großmutter!« und macht ganz feurige Augen dazu. »Großmutter, ich möchte einmal nach Spanien gehen. Da wachsen so schöne Blumen von allen Farben und große, funkelnde Weintrauben, und die Sonne scheint so hell auf die Blumen, dass alle leuchten. Ich möchte nur gleich dahin gehen.« »Jetzt denken Sie, so etwas von einem zehnjährigen Kind. Was hat man da nur weiter zu erwarten?« »Das ist eigentlich nicht so erschreckliches, Apollonie«, sagte die Frau Pfarrer lächelnd. »Sollte das Kind nicht vielleicht zuerst von Ihnen selbst das Land Spanien nennen gehört haben und in einer Weise, die seine Einbildungskraft schon in Tätigkeit gesetzt hat? Dann wird es ja in der Schule auch von dem Land gehört haben und sein lebhafter Wunsch, dahin zu kommen, ist ja nur ein Zeichen, dass es Acht gibt und gut aufpasst. Die kleine Freude, sich auszudecken, wie es einmal dahin kommen könnte, dürfen Sie ihm gewiß lassen, die ist nicht so gefährlich. Sonst bin ich ja mit Ihnen ganz einverstanden, dass die Kinder in Zucht und Ordnung gehalten werden müssen, sonst kommen sie auf ganz verkehrte Wege und niemand hat solche Kinder gern. Aber Lonelli gehört gar nicht zu diesen. Wir haben alle das Kind recht lieb. Kein zweites ist in Nollergrund, dass ich lieber bei meinen Kindern sehe. Das ehrliche Gesicht der Apollonie erglänzte aufs Neue. »Das ist mein größter Trost und gewiß, ich brauche ihn«, versicherte sie. »Wie mancher sagt mir, dass so eine Alte nicht mehr tüchtig ist, ein junges Kind zu erziehen und zu regieren. Und wenn sie einmal mit Recht sagen könnten, die alte Apollonie hat ihr Tochterkind verzogen und verdorben, ich könnte es nicht ertragen. Die Schande brächte mich um. Aber solange sie das Kind gern bei den ihrigen sehen, steht es noch nicht so schlimm, das weiß ich. Jetzt dank ich zum Schönsten. »Das gibt ja ein ganzes Beet voll«, fuhr sie fort, indem sie das große Büschel der Blumenschößlinge in Empfang nahm, die Frau Pfarrer unterdessen ausgebrochen hatte. »Und wenn ich irgendetwas helfen kann, so rufen Sie nur. Sie wissen, für Sie bin ich immer daheim, Frau Pfarrer.« Jetzt verabschiedete sich Apollonie mit nochmaligen Danksagungen und ihren grünen Strauß vor sich hertragend. Um die zarten Zweiglein ja nicht zu beschädigen, eilte sie durch den Garten dem Schlossberg zu. Sinnen schaute ihr die Frau Pfarrer nach. Untertitelung im Auftrag des ZDF,